Wenn beim Dating 80% der Frauen sich für 20% der Männer interessieren, nämlich die Männer, die so kommunizieren, dass die Frau sich gesehen und gewertschätzt fühlt und die trotzdem so souverän sind und selbstbewusst, dass sie einfach ihr Ding machen, wäre die Frage, was bedeutet das jetzt für dich, für den allgemeinen Mann, wenn du eben hier zu diesen, nicht zu den 20%, sondern eben zu den anderen 80% gehörst und wie kannst du das jetzt das Ding drehen? So, und wenn wir jetzt die Zahlen anschauen, können wir uns auch fragen, wie ist es denn beim Sex? Weil ich glaube nämlich, beim Sex sind es noch weniger Männer, ist die Anzahl noch geringer, der Anteil noch niedriger, die hier wirklich die sexuellen Bedürfnisse der Frauen kennen und erfüllen. So, also, was bedeutet das? Wie wirst du einer von diesen 20%? Schauen wir uns erstmal an. Was machen denn die 20% anders? Ja, die sind eben attraktiv, die präsentieren sich so jetzt gerade im Online-Tating und auch sonst, dass Frauen auf sie aufmerksam werden. Sie sind selbstbewusst, sie machen ihr Ding, sie setzen ihre eigenen Werte hoch und gehen sozusagen ihren eigenen Weg und sie schrecken auch nicht vor Risiken, das wäre der dritte Punkt, sie schrecken nicht vor Risiken zurück. Also, sie nehmen das Nein einer Frau zum Beispiel in Kauf und können damit entspannt und locker umgehen. Und natürlich kommunizieren sie so, dass die Frau sich eben gesehen gewertschätzt fühlt, aber natürlich auch, sie kommunizieren auch ihre Grenzen und ihre Regeln und geben der Frau eine Idee, wo es lang geht oder wie der Mann es haben will. So, also, wie wirst du denn zu einem solchen Mann, jetzt hier ist es allgemein, aber es gilt sozusagen für die Beziehung und natürlich auch fürs Bett. So, als erstes Mal, du änderst dein Mindset und öffnest dich sozusagen dafür, dass du dich entwickeln kannst, dass du an dir arbeiten kannst, dass du nicht immer so bist, wie jetzt gerade, auch wenn du zum Beispiel in einer langjährigen Beziehung bist. Ja, hör doch mal zu, was sie sagt, weil die meisten Frauen sagen genau, was sie stört, aber der Mann geht immer dagegen, anstatt zu denken, ah, wie kann ich denn jetzt mich da verbessern, was bedeutet das denn für mich und wie kann ich jetzt damit umgehen? So, der zweite Punkt ist, gehe in dein Selbstvertrauen, entwickle mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und mach Dinge, die dich wirklich erfreuen, wo du dich wohlfühlst, wo du Kraft bekommst und wo du auch Sinn erlebst. Ja, also, gehe dahin, wo es dich hinzieht und tue etwas Nützliches für die Welt, weil das wollen und brauchen wir alle. Es braucht die Welt, es braucht die Erde, dass die Männer hier auch ihren Teil beitragen. Also, die Frauen ja auch, wir dürfen das alle tun. So, meine Arbeit hier ist ja auch etwas, ein herzbasiertes Business und was du hier siehst, ist 100% echt. Okay, so, und drittens ist natürlich vielleicht die schwierigste Aufgabe, lerne sozusagen, was Frauen brauchen und wie du sie eben auf sie eingehen kannst und wie du sie auch steuern kannst, weil das ist eigentlich der größte Punkt, den ich immer wieder höre. Ich habe keinen Einfluss auf die Frau, die macht ja sowieso, was sie will. Da kann ich dir sagen, ja, sie macht das, weil du es zulässt und weil du hier nicht genau genug kommunizierst und agierst und reagierst, sondern weil du einfach zu viele Fragezeichen lässt und weil du auch alles mit dir geschehen lässt. So, also hier der Wink mit dem Zaunfall. Du kannst es lernen, jedermann kann es lernen, einer von diesen hochattraktiven 20% zu sein. Einer von meinen Kunden meinte mal, er will aber noch zu den 2%, der also sozusagen zu den Besten gehören und deswegen macht er hier die Arbeit mit mir. So, also schau dich auf meinem Kanal und abonniere den Kanal, like das Video und natürlich, wenn du jetzt unbedingt was sofort ändern willst oder mit deiner Frau jetzt hier diese Riesenprobleme hast, dann schreib dich hier ein bei mir zum kostenlosen Liebeslebengespräch, wo du mal eine Rückmeldung von einer Expertin bekommst und dann wieder weißt vielleicht, wo es lang geht. Ich freue mich auf dich.